ich ziehe runter und dann sagst du so hey ihr lieben 321 hallelu leute und herzlich willkommen zu etwas was mir vollkommen widerwillig ist aber ich habe eine coole person dabei und ja wir spielen heute outlast mit der julie wir haben ja schon in unserem battlefield video angekündigt dass sie vorbeikommt und ja ja wir freuen uns schon mega drauf vor allem du ich muss den bisschen überreden so ein bisschen aber jetzt zocken wir es natürlich ja ihr wisst ja ich kann horrorspiele einfach nur nicht leiden okay wir machen einfach mal ein neues spiel outlast enthält schwere gewalt blut sexuelle inhalte und kraftausdrück wir wünschen dir viel spaß genau richtig ja das ist voll julies dinge so blut sexuelle inhalte und sonne vor allem blut du schimpfst in die rolle von miles upscher einem enthüllungsjournalisten dessen professioneller ehrgeiz ihm eine reise durch die hölle auf erden beschert da du mit vorliebe geschichten auf den grund gehst und um die anderen journalisten einen großen bogen machen hast du dich entschlossen das dunkle geheimnis im herzen der nervenheilanstalt mount massive aufzudecken welcher idiot würde da reingehen wir gehen tatsächlich da rein bleibt so lange wie möglich am leben und halte alles mit der kamera fest du bist da kein kämpfer das entspricht schon mal nicht der wahrheit du bist ja meisterin kickboxen und würdest jeden einfach zusammenschlagen ja es wird schwer wenn wir die monster nicht hauen können oder was uns doch immer erwartet das haben wir schon um das grauen in der nervenheilanstalt mount massive zu überleben und der wahrheit auf die spur zu kommen bleibt dir keine andere wahr als weg zu laufen dich zu verstecken oder zu sterben auch scheiße ich möchte nicht ja ich mag es auch nicht weglaufen das ist nur was für pussis jetzt das wird gut pass auf jetzt passiert das ist doch voll gediegen so eine autofahrt das ist ja fast romantisch ja die autofahrt die romantische autofahrt zum tode wer wer geht bitte da rein das ist doch eine hübsche villa wieso muss ich denn spielen ist viel härter ja eben und du musst es lernen aus dem grönt ja du musst mal ein bisschen lenken hier ne nicht zu leise es ist nicht zu leise ich scheiße mir auch so volle Leute ein wie sie sich schon freut scheiße sie kenne mich nicht muss mich kurz fassen werde vielleicht beobachtet ich war zwei wochen lang als software berater für die einrichtung von merck auf zwei kette sei da war das habe ich in der schule schon gehasst das wort systems in mount massive tätig breche gerade alle möglichen geheimhaltungsvereinbarungen aber echt zur hölle mit den kerlen schreckliche dinge gehen davor sich verstehe es nicht glaube nicht mal die hälfte der sachen die ich gesehen habe doktorenphasen etwas von traumtherapie die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten was auf sie im berg gewartet hat leute kommen zu schaden und merken auf sheffield geld das muss aufgeregt werden nicht von uns da soll jemand anders reingehen nein wir machen das weil wir haben bock die ominöse kamera ich habe mir geschworen dieses spiel nie zu spielen der akku ist noch voll ja gut hat nichts gebracht mit dem schwören wenn ich den nicht widersprechen kann oh nein oh guck mal der schöne sonnenuntergang super alles klar deine ziele werden in deinem notizbuch auf tab aktualisiert dort findest du dann notizen und zusammen in dokumente los geht's würde ich sagen es sieht doch schon mal gut aus wenn man nicht in die tür reinkommen jetzt ging es sehr gut das wort eingeben so kann man lehnen warum schnaufen wir schon ja hast du gerade nur zwei schritte gelaufen ja guck mal so eine idylle da kann es doch nur schön drin sein ich weiß aber nicht wie man mit irgendwas interagiert drücke linke maustaste um eine tür schnell zu eröffnen halte linke maustaste gedrückt und bewege dich vor wow warte mal da sieht man nichts ich will nicht direkt verrecken das ist mega scheiße deswegen grüße die wir schon mal schnell an linke maustaste benutzen rennen umschaltdings das weiß ich camcorder ein und aus Nachtsicht ein und aus auf F ok das ist der lustigsten oh scheiße dieses Scheiße die Musik gell schon mies hopp rein da jetzt du kannst gar nicht mehr abwarten du bist böse Juli du bist böse nein ein bisschen kühl hier draußen ich hab schon Gänsehaut leider zu wir müssen uns einen anderen Weg rein suchen ja dank dessen dass wir schon diverse Sachen geguckt haben wissen wir es ja schon ein bisschen stg dukt man sich ich werde das nicht die ganze Zeit spielen dir ist klar dass du das auch mal spielen musst ja klar wenn du nicht mehr kannst spack die Maus ein bisschen oh die sind ja heiß und sogar ein Gürtel kannst du mit dem Mausrad nach oben oder nach unten mhm what the fuck ach so 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 an mhm mach dir lieber aus ich glaube wir müssen einen Akku sparen war das ein Wolf? was? ist das gerade nicht gehört? nein ach so ich hab's nicht gehört ne oh fuck nein diese Musik Gott mach mich dann das schaffst ja gut boah da stöhnt ganz schön laut scheiße aber es ist immer ein Licht in es ist mir sehr zuwider das zu spielen sehr sehr zuwider eigentlich hat er voll Spaß dabei oh Gott jetzt wird's Zeit jetzt musst du halt die Cam anmachen dass wir was sehen hä? drück doch F ich drück doch F ich muss erst mal die Kamera zücken meinen jetzt und jetzt jetzt sieht doch schon mal gut aus so grün okay okay wir gehen wieder wir gehen wieder nein ey cool man kommt wirklich wieder raus wollen wir sicher dass wir nicht nein wir gehen rein wir wollen uns der Sache auf den Grund gehen du machst mich fertig der Spaß hat noch gar nicht angefangen mach mal aus eben ja hier sieht man auch so was war das? das war der Fernseher ja ok das fängt jetzt eigentlich es klang halt wie so ein Monsterviech aber ne die machen so ja mein Fernseher nicht naja stimmt wie zwängt man sich da denn durch? wie weh ich in die Richtung der Engelstimme ok einfach nur durch und dann zur Seite ja sehr geil wenn ich noch ein bisschen zocken darf wär mir lieber ans das hier ja wer geht denn bitte jetzt noch weiter du das ist Tomatensaft ja heute ist Ketchup Tag die können dann nur die einfachen Dinge kochen ja da blinkt ja immer alles sieht man eigentlich gar nicht wie lange das schon läuft das ist vielleicht ein bisschen boh ach doch wir haben die Cam bestimmt ja helft uns ja das nimmt alles auf Beweis so nein Dokumente da haben wir es doch ok Fall Nummer 174 Patientinitialien WBH WPH oder auch mancher rechtschreib schreib schreib lese und so Billy nennen wir ihn Billy nennen wir ihn Billy Behandelnde Arzt Dr. Carl Huston Patient behauptet in selbstgesteuerte luzide Traumphasen vorgedrückt zu sein was ist luzid? das ist doch wenn man seinen Traum steuern kann ja oh und du weißt ja richtig was oh du bist richtig schlau hab ich eigentlich vom Nemo gelernt deswegen danke alles klar danke Nemo gut ok morphogenetische antriebsaktivität deutsch ist super drösenumfang beobachtet fahren fort und stufe 4 hormonen diagnostik spirometrie ergab keine bronchiale akkumulation was das? hämotokrit zentrifugierung zur trennung von irithrozyten erneut fegelsteigen höchst besorgniserregend alles klar ich weiß genau was er meint ok also volle pulle auf medikamenten ja er mei ergab arithmetische REM NREM zyklen lachen in NREM phasen ach so das ist wahrscheinlich REM phase beim schlafen tiefschlauphase billy ja der billy der billy kundelt sich nach dem status der klage seiner mutter in murkow und die psychiatrie ich weiß nicht ob jetzt von dir schon mehr angst habe dies deutet auf eine katastrophale sicherheitslücke hin trotz billys beteuerung er habe die wahrheit in den blut träumen von dr treger doch der träger das ist ein mieses als wenn er träumen kriegt er seine tage verstehe ich das richtig ja ach deswegen war doch keine tomatensauce ja das war seine periode seine traumtage ok anmerkung die einzige person namens träger die in den unterlagen des unternehmens aufgeführt ist ist ein gewisser richard träger ein angestellter von MRD das gesamte pflege und sicherheitspersonal muss befragt und die videoüberwachung verbessert werden um biometrische daten zur analyse zu erhalten von murkow psychiatric psychiatric systems das wird schock ich bitte dich mach weiter ich will jetzt endlich ich will aber nicht das ist wieder sweet dieser ton sehr sweet und horny guck mal über licht ganz gechillte ganz gechillte lage jetzt gehen wir mal ne eigentlich ich muss aufs klo du geh bitte mal aufs klo komm mal rein Gott sei denn Gott ich muss aber oh da tropft sie eine ganze periode ist ja widerlich und da liegt sein Kenis ne es sieht aus wie ein Stück vom Darm ja ich wollte jetzt wie bei Daisy das Zeug hier aufnehmen das geht irgendwie nicht das ist eine Deko ja wieso nicht geben wir mal einen Luftschacht ich bin jetzt oh man wir entscheiden mal auf ich glaube wir sehen genug oder ohne Kammer oh da war jemand ich musste wohl doch nochmal aufs Klo ich dachte sie ist schon oh schon fertig oh Moment nein nein doch noch nicht da gaben doch noch was lalalalalalalalalalalalala jetzt hüpf runter komm nein es wird schon nicht wehtun nächste Folge spielt Julie übrigens was ach ja wem lief doch noch wer ich geh mal da rein wie ich herein ah oh shit du hast dich gar nicht erschreckt ja ein bisschen doch wo ist das hin oh mein Gott was war das was war das was war das was war das oh shit der Kopf ich hab sie gerade abgefahren oh Bro sie haben ja den Kopf gestohlen oh das ist jetzt wirklich arschig oh das ist jetzt wirklich arschig oh das ist jetzt wirklich arschig wir haben ihn anal gefällt ich weiß mal wie es sich anfühlt Markin selbst erlebt noch wie fühlt sie sich an gut gut hat er gesagt mach gut an da sind noch mehr der redet mit dir und du läufst einfach weg ja ja ich mag ihn nicht ich bin unangenehm aus scheiße scheiße kommt garantiert noch mal was gleich naja sowas passiert mir jetzt nicht mehr weil jetzt bin ich vorbereitet wie du spielst ja ich bin eher skeptisch jetzt fliegen wir erstmal da runter ich will nicht mehr doch jetzt gehts richtig ab jetzt machen wir die alle fertig mit weglaufen ja wer ist das denn ja wer ist das denn der war ja süß eigentlich war das schon heiß können wir den nochmal sehen bitte ja das stimmt ich sehe ja das ist schon geil das ist schon geil oder das Ding ist eigentlich ich soll es sagen du hast ein körper ja das ist ja eh egal was du sagen ich spreche aber kein englisch auch nur gebrochen deutsch ja das haben wir vorhin gesehen ja das haben wir vorhin gesehen hä wo ist er denn hin was ist meine wie für eine Sauerei da ne ja die haben anscheinend was für Köpfe übrig ich glaube die sind eher so ein Friseursalon und dann halt immer schnippeln am Kopf so ja die sind noch in der lehre deswegen deswegen ein bisschen rot alles hey du Bro Bro also ich würde so schreien lass den da, das ist eine Frage oh hier meine Notiz aber wir nehmen schon 16 Minuten auf Jesus Dokumente, da können wir das lesen wir uns jetzt noch durch ne Vollziehungsbefehl gut interessant war das schon ok Merkauf Corporation Abteilung Vereinigte Staaten Vollziehungsbefehl Fallnummer südlingsbombs eine staatliche erklärung ist immer von eine staatliche erklärung wurden vor dem direktorenausschuss seitens der mörker fahrtland security geliefert die grund zur folgenden annahme hat katastrophaler sicherheitsbruch im psychiatriezentrum mit drohender gefahr von umweltschäden nach unserer nach unserer überzeugung erfordert dass durch eidesstattliche erklärung und zeugenaussagen erbrachte beweismaterial akute maßnahmen seitens der mhs und rechtfertigt die ausstellung dieser berechtigung sie werden hiermit aufgefordert mhs vollen zugang zu allen einrichtungen seinen repräsentanten voller autorität zu gewähren durch die entgegennahme dieses dokuments verzichten sie und alle lebenden an verwandten an verwandten was das so cool das wort ist nicht deutsch auf jeglichen anspruch auf ein gerichtsverfahren gegen die mark of corporation oder ihre tochterunternehmen aufgrund von maßnahmen der mhs und messe für sie wahrscheinlich irgendwie das ist wahrscheinlich diese anstalter oder aufgrund der umstände die entsprechende maßnahmen bedürfen ungeachtet jeglicher zuständigkeit okay ja das ist ja alles sehr interessant geil super geil und ja damit das was ist in der ersten folge und jetzt jetzt ist nämlich du damit spielen natürlich jetzt wird endlich mal abgerottet also ich hoffe ich habe erste folge gefallen mir so semi semi ist so ein bisschen nein er so gar nicht weil das wirklich scheiße ist und ich hasse es wirklich akku und tief horrorspiel zu spielen aber gut das tue ich nicht alles für dich ne und ja wir sehen uns beim nächsten mal rhein jetzt müssen wir es ja doch